Die Irisglende lässt sich für jeweilige Disziplinen exakt in Höhe und seitlich positionieren und die eingestellte Position lässt sich durch einen Stellring fixieren. Der Blendendurchmesser wird durch Drehen am äußeren Rand reguliert und bei Nichtbedarf kann ich die Blende leicht nach oben hochklappen, sodass das Blickfeld frei wird. Sie wird genutzt für Kurzwaffe, Ein- und Weithändig und Karabiner. Gehalten wird sie im oberen Bereich der Fassung durch Federspannung. Hierzu sind zwei Schräubchen am oberen Fassungsrand angebracht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017